Das ist der Wahnsinn, wenn man sich vorstellt, was hier mal los war, und es war halt Energie in dem Laden, die komplett weg ist. Das ist fürchterlich traurig. Ohne Scheiß. Aber es wird auch wieder anders. Planen. Das Ermüdende ist, dass du in eine Zukunft investierst, die du nicht selber planen kannst, weil du bist immer abhängig vom Dritten beziehungsweise vom Virus. Es ist halt einfach für uns furchtbar zu sehen, dass nur immer irgendwie verzögert reagiert wurde und nie irgendwie weitsichtige Entscheidungen getroffen wurden. Es braucht einen Ort, wo auch der Alltag mal stehen bleiben kann, zumindest für den Großteil der Menschen, wo die sich frei fühlen können, wo die sich ausleben können. Im Nachtleben arbeiten wir nicht einfach nur so als Job, sondern es ist schon eher auch so eine Berufung. Klar ist es manchmal nur Beruf, aber es ist eigentlich nur Teil der Luxus, ein Hobby zum Beruf zu machen. Ich bin gerne hier. Ich kenne es, wenn ich nachts um zwölf im Büro sitze, aber ich höre noch Konzerte oder Partys und plötzlich war es still wie im Friedhof. Das hat mich schon ganz schön runtergezogen. Es ist Musik, es ist Freude, es ist Kultur, es ist Zusammentreffen, es ist Gemeinschaft, es ist so viel für ein Menschenleben. Es ist eben Clubkultur und nicht nur Disco. Es ist denn ein Gemeinschaft nur? Vielen Dank.